Hab ich erwähnt, dass ich Bane hasse? Nein! Oh, bitte auf Ja zentrieren, mach hin. Ne! Alter, ich wollte dir ein paar Stunden aufnehmen und nicht fünf Stunden an Bane hängen. Yay, du kannst dich aufpumpen. Super, du bist Bane. War mir jetzt noch nicht bewusst. Was war das denn? Bla, bla, bla. Ich bin Bane. Das ist genau so beschissen wie Carnage, der Typ. Mann, hab ich gefeiert, als der in Dark Knight Rises mitmachen sollte. Das war wirklich die Creme de la Creme der Verbrechensbekämpfung. Quatsch, der Verbrecher, egal. Oder es ist eine Lusche, der Typ. Schmeiß, war. Dann kommen angerannt. Weiß doch, alle guten Dinge sind drei. Hey. So, und... Los geht's. Am besten, ich versuche das gar nicht, die Minions auszuschalten. Komm doch bitte einfach auf mich zu, berantet. Hör auf, mit Steinen auf mich zu werfen. Hör auf, mit Steinen auf mich zu werfen. Ich mach dich. Oh, na super, ey. Ich versuche meine Battle-Ranks hier. Ich würde gerne ausweichen. Super, er lädt dich wieder auf. Nur weil ihr Decken im Weg seid, die ganze Zeit. Ah ja, super, jetzt wirfst du den Stein, die jetzt, wo es schon wieder viel zu spät ist. Halt doch mal auf zum Nerven, ey. Brennen wir ihm anders hinterher. Yay, ich bin tot, bevor der Typ irgendwie mal gesiebt wird, ansatzweise. Jetzt steht er schon. Natürlich, warum auch nicht. Ist mir egal. Und könnte mein Mikrofon, beziehungsweise Headset, sich jetzt bitte dazu entscheiden, den Ton durchgehend durchzugeben und nicht bei jedem kleinsten Wackeler auszuschalten. Mann, ey. Runde, die fünfte. Langweilig. Komm, du Volltorte. Einmal nicht. Zweimal nicht. So wie die letzten Fünfe, mach ich weiß. Ich frage es ja, ob ich dich besiegen kann. Wie der auch einfach Zeit verschwendet, indem der hier einfach mal mit Dingern um sich wirft. Ich werde nicht fremdisch. Nein, dann komm, angerannt. Nein, du führst erst mal wieder mit. Stein, ich seh schon. Super. Das hat zu lange nur gebraucht, um auszuweichen. Okay, komm mit. So. Natürlich, die Hauptleitung hast du bis zum Ende nicht. Ich bin gut, noch mehr Typen, denen ich ausweichen muss. Ja, die habe ich jetzt schon. Alter. Ich bin groß und darf und kann zuhauen. Ich bin der beste Gegner ever. Vollidiot. Vollidiot. Kommt, Glücks. és super. Und wer hast du dich zu lieben, Bane? Das ist die Wahl, Jungs! Ich werde dich vernichten! Okay, das war echt gedauert, in jedem Typen die Nahrung auszuschalten. Also schalte ich jetzt erst die Typen aus und weiche da mein Bane aus. Hoffentlich. Ja, super. Und wieder ist mein Thron weg. Ich muss nur hoffen, dass wir jetzt das dumme Lied auf dem Bane treiben. Na, siehste, mir fehlt jetzt wirklich der Kampfschrei von dem Typen. Ja, ist gut. Rennt doch nochmal direkt rein! Volldepp! Oh, schön, der lädt sich wieder auf. Genau das, was ich wollte. Ja, ist gut! Komm, tötet mich da kein Weg, so diesen scheiß Ton erstmal fixieren! Oh, ey! Der Maus ist am Ende! Will ich euch verwenden? Oh, oh, oh! Ich bin der Weihnachtsmann! Mein Name ist Bane! Diese beschissenen Zeitlupen braucht auch kein Schwein! Sieh nicht, ich bin Batman! Ja, komm! Yay! Innovation! Noch nie gemacht! Ich hoffe, wir lassen diesen Vollidioten aus Arkham City raus! Ach, Quatsch! Nicht Arkham City, sondern Arkham Knight! Kein Bock, den noch ein viertes Mal zu besiegen, den Volltrottel! Yay! Guck mal, zu Spoilern! Später gegen Killer Croc wird genauso lustig! Ihr seid nicht dabei drauf... Sterbt einfach alle! Gott, ey! Hätte man die bei jedem Einsammeln einfach getötet, dann statt hier in diesem Irrenhaus einzusperren oder dann weiß ich wohin dann! Quere kann man seine tollen Todesstrafe! Auf sowas wird es nicht angewendet! Aber auf alles andere! Uh, ich plädiere auf Unzuräufnungsfähigkeit! Vollidiot! Uh, vergiss! Alter, wie oft soll ich noch ausweichend drücken? Wenn du einen Bad Drain geworfen hast, dann darfst du dich ruhig vom Fleck bewegen! Du musst dich warten, dass er irgendwie getroffen hat! Super, er lädt sich wieder auf! Yay! Geh endlich nieder! Genauso wie du, Vollidiot! Wie das Problem war, überhaupt nicht Bane ist, sondern mehr die Idioten, die ihn beschützen sollen! So, so weit waren wir ja schon 3, 4, 5 Mal! Super, ich weiche aus und da ist natürlich wieder die Scheiß-Ecke! Ausweichen, Alter! Nein, ich muss mich in Position bringen, denn es muss ja gut aussehen! Alter! Na, wieder mal! Die Zuschauer werden auch dich lieben, weil du ein super Let's-Play-Aufhalter bist! Uh, Bane schnitt das Let's-P in die Länge! Meile Fresse! Blöderweise habe ich keine Lust, bei diesen Spielen zu cheaten! Da sind Retro-Dinger malen Wegen, aber noch nicht bei so einem Piss. Yay! Man muss dreimal, dreimal zuschlagen! Gott, ey, man muss sich nur dreimal gegen die Wand laufen lassen, nein, neunmal! Und dabei dreimal schlagen! Einziges Problem, was ich habe, sind diese beschissenen anderen Leute hier! Ich vergang's! Das ist nicht Atom-Sigur! Ja, perfekt! Alle in einer Linie! Na ja, fast! Wo kam der denn her? Super! Drehe dich noch langsamer um! Aber rückwärts einparken wollen können! Aufs Baue! Bleib liegen! So, jetzt siehst du wieder eine Wand aus der Wand, ja? Gibt's da von einem die Unendlichen in dieser Gegend, oder? Hat das auch mal ein Ende? Wow, blutrote Muskeln! Oh, du durfst noch Pummel an der Wand! Und? So, an der Seite ausweichen! Und? Nummer zwei! Wie wird's mal wieder die Gelegenheit, in die Kommentare zu schreiben, ob ich so eine Sache rausschneiden soll, wenn sie zu lange dauern, oder ob sie gnadenlos durchziehen soll. Super! Wieder eine Ausführung des letzten Schlages! Niedergegangen! Ich mach gar nicht aus dir, du Death! So, wie geht's dir nicht hier jetzt am besten? Einzelnen. Verstehe. Du bist wie ein Mädchen! Was? Du bist wie ein Mädchen? Finde ich auch. Vor allem mit deiner schönen Stachelfrisur da. Öh, hast du was gegen Mädchen? Na. Du hast echt Schwein, dass dieser Typ gerade mit der Wand geworfen hat, sonst wärst du schon längst nieder. Ah ja, komm! Großes Maul, aber nix dahinter, war Bane? Willst du mich verarschen? Komm schon! Na, Bane, Bane, Bane! Es gibt keine Wände mehr, weil du kannst auch wenn du dich aus der Wand... Super! Man kann Wände auch dreimal aus der Wand reißen. Na, jetzt komm, Bane! Uh, ja! Knee Kick! Scheiße! Aber beim nächsten Mal. Weich aus, Kumpel! Jetzt hau ihn nieder! Zieh den großen Schlauch auf, dass er auf ewig verreckt! Na, endlich! Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg! Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger, ich kann das selbst regeln. So, wer hat Lust auf Runde 2? Ich auch. Ich zerbreche dich, Batman! Und danach die Brucha! Nein, Bane! Diesmal zerbreche ich dich! Ist das nicht herrlich befriedigend? Ist das nicht herrlich befriedigend?